Geiger von Gustav Fjördemann Es liest Daniela Bette-Koch Das Café-Service von Royal Copenhagen stand noch auf dem Tisch. In den Tassen schwammen nur noch dunkle Pfützen, die Kuchenplatten waren leer und die Saftgläser ausgetrunken. Die eine Hälfte der Kinder lümmelte mittlerweile auf dem Josef-Frank-Sofa. Die andere Hälfte rannte, aufgepeitscht von dem vielen Zucker, herum und schrie. Von irgendwoher kam ein Tennisball geflogen, der glücklicherweise zwischen den Schmucktellern einschlug, die als Souvenirs aus etlichen europäischen Städten an der Wand hingen. Berlin, Prag, Budapest, Paris, Rostock, Leipzig, Rom. In der letzten Schulwoche vor den Ferien hatten die Enkelkinder bei den Großeltern gewohnt, damit ihre Eltern alleine in der Bretagne Urlaub machen konnten. Die Schwestern Marlin und Lotta wollten die Gelegenheit nutzen, bevor die Sommerferien begannen und halb Schweden nach Frankreich reiste. In der vergangenen Woche hatte Großvater Stellan also die Flucht ins Arbeitszimmer ergriffen, während Großmutter Agneta das Frühstück zubereitet, das Mittagessen gekocht und die Kinder zur Schule und zu den unterschiedlichen Freizeitaktivitäten chauffiert hatte. Und sie hatte an den außergewöhnlich warmen Frühsommerabenden das Baden am Steg überwacht. Inzwischen waren beide Schwestern mit ihren Männern wieder da, um die Kinder abzuholen. Das Haus schien gleichsam einen Seufzer der Erleichterung darüber auszustoßen, dass bald die gewohnte Ruhe zurückkehren würde. Die Tür zum Garten stand offen und draußen spazierte Lotta an der Seite ihres alternden Vaters, der ihr zeigte, was er in den Beten und Rabatten gepflanzt hatte. Er liebte seine Blumen und Lotta erinnerte sich daran, wie viel Zeit er im Garten verbracht hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. Hier draußen durfte man Papa nicht stören, aber man wusste immer, wo er war. Während Stellan eine kurze Verschnaufpause einlegte, drehte sich Lotta unauffällig um, als wollte sie das Haus in Augenschein nehmen. Das funktionalistisch entworfene Gebäude, das sie in- und auswendig kannte und eigentlich gar nicht mehr eingehend in Augenschein nehmen musste. Die großen Fensterflächen und die zwei Terrassen mit der großartigen Aussicht auf den Mähleren und die Insel Kersön. Schließlich landete ihr Blick auf dem Gartenweg, den zwölf schweren Steinplatten, über die sie und ihre Schwester so oft gelaufen waren und die ihr Vater scherzhaft das Zwölf-Schritte-Programm zu einem besseren Leben nannte, weil sie zum Geräteschuppen führten. Darin konnte er sich ungestört dem widmen, was er in seinem Leben am meisten liebte. Es war ein solcher Aufwand gewesen, die Platten zu verlegen, dass Stellan gesagt hatte, dass sie wahrscheinlich ewig dort liegen bleiben würden. Mittlerweile waren es immerhin 40 Jahre, also könnte er mit seiner Prophezeiung recht behalten. Sie betrachtete ihren Vater. Er war 85 Jahre alt, im Kopf immer noch so klar wie früher, doch der Körper war müde und gealtert. So sehr, dass er beim Rasieren bestimmte Teile des Halses nicht mehr erreichte. Er war sehr lang, ging aber mittlerweile gebeugt. Die Brille, deren Größe schon immer sein Markenzeichen gewesen war, saß ein bisschen schief und der Blick hinter den Gläsern wirkte trübe. Lotta war beinahe genauso groß wie Stellan, ansonsten waren sie einander aber nicht besonders ähnlich. Der Vater hatte aschblondes Haar, die Tochter schwarzes. Laut Stellan hatte sie es von seiner willenstarken Mutter geerbt. Sein Blick war stets freundlich und warm, während Lottas skeptisch und abwartend wirkte. Sie ließen sich auf der grünen Bank vor dem Geräteschuppen nieder, von der die Farbe abblätterte. Stellan fächelte sich mit einem Pappteller, auf dem Blumenzwiebeln gelegen hatten, frische Luft ins Gesicht und Lotta wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Hitze kam ihr beinahe übernatürlich vor. Schon seit Mitte Mai hatte sie das ganze Land fest im Griff und schien auch jetzt, im Juni, nicht abklingen zu wollen. Wie oft hatten sie hier nebeneinander gesessen. Eine Bank zum Verschnaufen, alle Werkzeuge in Reichweite. Hier erholte man sich, während man gleichzeitig einsatzbereit blieb. Zumindest konnte man sich das einreden. Im Geräteschuppen standen aufgestapelte Gartenmöbel und Werkzeuge, die seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden waren. Unkrauthaken, Rasensprenger, Gießkannen aus Kupfer, die mittlerweile verschimmelte, gestreifte Hängematte und die alten, knarrenden Liegestühle, mit denen die Schwestern so gerne gespielt hatten, als sie noch klein gewesen waren. Der Schuppen war zu einer Art Denkmal einer verschwundenen Zeit geworden. Nur der Gartentisch wurde jedes Jahr wieder herausgeholt, vom Gärtner Jocke, der immer noch regelmäßig wie ein Uhrwerk auftauchte, obwohl er längst im Ruhestand war. Er wollte sich auch nicht bezahlen lassen. Er war einmal pro Woche gekommen, seit Stellan und Agneta kurz nach ihrer Hochzeit Anfang der 70er Jahre hier eingezogen waren. Und auch als Rentner war er einfach weitergekommen, ohne dass ihn jemand darum gebeten hätte. Vielleicht brauchte er solche festen Gewohnheiten, um nicht den Halt zu verlieren. Lotta schob die Tür zum Geräteschuppen ein Stückchen auf und die Wärme schlug ihr entgegen.